Herzlich Willkommen zum täglichen Monolog am Dienstag. Wer hat alles Bock auf das Thema Maaßen? Gut, wie ich sehe, ist das keiner. Aber, naja, es ist für uns alle die sechste Stunde. Wir müssen das jetzt einfach mal durchziehen. Denn für Maaßen gilt, was der berühmte Philosoph, Professor Dr. Ronan Keating einst feststellte. Life is a rollercoaster. Also er war Verfassungsschutzpräsident, wurde da wegen Fehlern entlassen, sollte dafür aber ins Innenministerium befördert werden. Das wurde kritisiert, deshalb sollte er ohne Beförderung ins Innenministerium gehen. Und jetzt, Update, soll er gar nicht mehr ins Innenministerium geholt werden, sondern entlassen werden. Der Grund ist seine Verabschiedungsrede als Verfassungsschutzpräsident aus dem Oktober, die gestern geleakt wurde. Als er die AfD systematisch gedeckt hat, hat man noch gesagt, ach komm, also ist nicht cool, aber lass ihn mal. Dann hat er Hetzjagden, die ganz offensichtlich in Videos zu sehen waren, negiert. Da dachte dann die Regierung schon, gut, ist nicht cool, aber ihn jetzt deshalb entlassen, Quatsch. Da denkt man sich, wie kann er denn jetzt noch einen drauflegen? Mit welcher Aussage kann er denn bitte entlassen werden, wenn das bisher alles nicht gereicht hat? Dann kommt Maaßen an und sagt, holt mal Bier und nennt die SPD linksradikal. Und alle so, also jetzt spinnt er total, die SPD und links. Na klar, das ist ja total verrückt. Wir fangen vorne an. Also vorne in der Rede von Maaßen. Er sagt, am 26. August 2018 war ein Deutscher von Asylbewerbern in Chemnitz getötet worden. Am gleichen Tage gab es Demonstrationen in Chemnitz gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, von normalen Bürgern, aber auch von Rechtsextremisten. Dabei kam es auch vereinzelt zu Straftaten. Am folgenden Tag und an den darauffolgenden Tagen stand nicht das Tötungsdelikt im politischen und medialen Interesse, sondern rechtsextremistische Hetzjagden gegen Ausländer. Diese Hetzjagden hätten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden. Sie waren frei erfunden. So unverschämt kann doch keiner lügen. Doch, der schon. Er will uns also erklären, dass es die Hetzjagden, die wir alle in den Videos gesehen haben, nicht gab. Und da mal so noch schalant nachgefragt, hinter welchem Grundrecht steht Maaßen denn dann als oberster Verfassungsschützer eigentlich? Also abgesehen vom Briefgeheimnis. Spätestens an dieser Stelle in der Rede hätte eigentlich irgendwer im Publikum bei der Abschiedsrede zu Maaßen rufen müssen. Hase, du bleibst hier. Aber das tat keiner und deshalb ging es weiter. Ich habe bereits viel an deutscher Medienmanipulation und russischer Desinformation erlebt. Dass aber Politiker und Medien Hetzjagden frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformationen verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland. Ich glaube, der will uns hypnotisieren. Die Hetzjagden gab es nicht. Es hat sie nie gegeben. Du kennst das Wort Hetzjagd gar nicht. Wir haben kein Neonazi-Problem. Verfassungsschutz wird viel zu ernst genommen. Es gab nie Hetzjagden. Die Medien lügen nur. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir berichten immer in eine Richtung. Die Hetzjagden gab es nicht. Es hat sie nie gegeben. Man wird schon fast wütend und denkt, Maaßen, bleib hier. Maaßen, du bleibst hier. Und dann kommt folgender Satz. Gegenüber den zuständigen Parlamentsausschüssen stellte ich in der folgenden Woche klar, dass ein Kampf gegen Rechtsextremismus es nicht rechtfertigt, rechtsextremistische Straftaten zu erfinden. Die Medien sowie grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU-CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren. Linksradikale Kräfte in der SPD. Mega Gag. Das ist schon fast Anstaltniveau. Wer, ich finde, Hetzjagden müssen nicht sein, als eine linksradikale Aussage wertet, für den ist die Verfassung doch sowas wie ein Parteiprogramm der frühen KPD. Stell dir vor, du arbeitest beim Verfassungsschutz, willst heimlich für Gerechtigkeit kämpfen und im Verborgenen das Böse besiegen. Und dann kriegst du den Auftrag, Lars Klingbeil zu beobachten. Es ist, als würde Batman nachts Blitzerfotos auswerten und heimlich Bußgeldbescheide verschicken. Jetzt kann man natürlich denken, was interessiert mich Maaßen denn, wenn er jetzt sowieso entlassen werden soll. Doch dann kommt dieser Satz. Jedenfalls kann ich mir auch ein Leben außerhalb des Staatsdienstes, zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft, vorstellen. Mit anderen Worten, die AfD hat also einen neuen Spitzenkandidaten, falls Gauland nach dem Mittagsschlaf im Plenarsaal nicht mehr aufwachen sollte, was ja jederzeit passieren kann. Abschließend sagte er zu dem Thema, ich hätte nie gedacht, dass die Angst vor mir und vor der Wahrheit Teile der Politik und Medien in solche Panik und Hysterie versetzt, dass vier Sätze von mir ausreichend sind, um eine Regierungskrise in Deutschland auszulösen. Sorry, dass wir in Deutschland ein bisschen allergisch darauf reagieren, wenn der Verfassungsschutzpräsident systematisch Neonazis deckt. Sorry, tut mir leid. Tut mir auch persönlich leid, Herr Maaßen. Aber ich finde halt... Der Rechtsstaat muss Biss haben. Übrigens, der Journalismus vor dem Maaßen so viel Angst hat, ist der, der mit genau einer Frage in ein Söder-Interview in einer der wichtigsten deutschen Nachrichtensendungen geht. Und in München begrüße ich den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott. CSU-Vorsitzender Markus Söder, wie klingt das für Sie? Aber dann geht der Blick jetzt weiter und die Frage, würden Sie das denn machen, CSU-Chef? Und trotzdem ist die Frage nach einer personellen Erneuerung auch da bei der CSU nochmal die Frage, würden Sie es denn machen, zumindest nicht mehr ausschließen, Ministerpräsident und Parteivorsitz? Bei Ihrer Schwesterpartei haben die dramatischen Wahlverluste der vergangenen Wochen dazu geführt, dass es da jetzt eine Personalveränderung gibt. Und bei Ihnen geht das einfach so weiter, sagen Sie? Da gibt es keinen Wechsel? Guten Abend noch. Sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Vielen Dank für das Gespräch. Warum auch immer man davor Angst haben sollte. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao. Ciao.